So, es gibt ja eine neue Exo-Quest, die man anfangen kann. Da muss man jeden Umsturz einmal spielen, einmal hier der Absatz-Ziel beenden. Machen wir mal eben. So, Moment, ich muss mal ein bisschen drücken. Und danach kommt ein spezieller Gegner, den man legen muss. So, da steht auch die infektiöse Dunkelheit, bla bla bla, hat und beginnt. Moment, folg mir mal eben, muss ich mal empfinden. Interessant. In welchem Überzeugungskonflikt wir uns hier befinden. Der soll hier da irgendwo sein. Der taucht dann irgendwann auf. Die Besessenen, deren Existenz darin besteht, den Überzeugungen anderer zu dienen. Dann gibt es meine Brot, die mein Willen unterlegen ist. Hier, kommt da, komm mal eben. So, hier ist der Gegner, den müsst ihr legen. Welcher Sache dienst du noch mal? Hier ist die Kristalle abschießen. Moment, da war ich, das ist halt irgendwo... Ja, jetzt die Kristalle abschießen. Ich setze mich für eine bessere Zukunft der Menschheit rein. Die Gegner finden und dann noch die Sackgasse und da auch noch den Gegner finden. Und danach müssen wir dann hier in das Gebiet gehen hier und dann anderen Gegner legen und danach dann zwei Kugeln in die Höhle legen. Das sehen wir aber alles noch. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier umgestürzt die Blüte. Der Boss liegt gleich und müssen wir den anderen speziellen Boss auflegen. Jetzt müssen wir erstmal hier die Linie wegschieben. So, jetzt müssen wir hier, Moment, müssen wir zurück und fahren zum Anfang hier, wie gesagt. Zum Überzeugungskonflikt, wie wir uns hier befinden. Hör auf, mich anzuhören. So, ihr müsst jetzt zum Anfang zurückfahren und da in die Höhle. Ich zeige euch, ja. So. Ich zeige euch auch, wo wir sind gleich. Wir müssen in diese Höhle rein. Das ist aber direkt in den Respawn Point hier. Und dann gibt es dich und... Da ist der Respawn... Also da hast du dann die Landenzone und vielleicht da unten ist die Höhle und da müssen wir rein. Und dann, äh, ja, geht sie wieder los. Geil, so. So, jetzt müssen wir hier den, äh, als Abschließendes rundherum rennen wir. Und dann müssen wir hier aufnehmen. Ich hoffe, du musstest für diese Erleuchtung nichts kostbares opfern. So, Feuer, Damage, Stimme und Gelift. So, Geiste drücken. So, dann haben wir das auch wieder geschafft. Das ist auch der Part, den wir schaffen mussten. So, jetzt müssen wir noch hier in die Sackgasse das gleiche nochmal machen. Und dann, wenn ihr alle drei, äh, besonderen Gegner weg habt, müsst ihr dann zurück in die Blüte gehen. Und dann müsst ihr hier hin rennen. Und da ist dann noch so ein anderes Event. Das seht ihr dann aber auch noch. So, bis gleich. So, jetzt sind wir hier in der Sackgasse. Vom Umsturz. Vom Umsturz sagt die Sackgasse. So, jetzt müssen wir mal den Bot legen hier. Und dann, nachdem wir den extravaganten Gegner noch finden hier in der Region. So. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo der da ist. So, ich weiß nicht hundertprozentig, wo der ist. Mussten wir eben rumfahren. Wir müssen hier in den Händen heilen. Als die Kraft, die so eine kosmische Gewalt in Bewegung setzt. Ich stellte mir immer einen Ort für mich vor, den ich nie finden konnte. Ein Schicksal, das ich nicht erfüllen konnte. Ja, was für Gegner. Ja, warte Hier ist bei mir Bei mir, bei mir, jetzt kommt es mir Ich weiß nicht, ob der Reisende aufgrund von Gewissheiten handelt Oder aufgrund von Möglichkeiten So, was wir jetzt hier machen müssen, weiß ich gerade nicht Aber auf jeden Fall in die Bubble rein In die Bubble rein Und rumballern Ja, ich kann nicht warten Sonst ist er gleich weg So, die Kugel nehmen, ob wir Dings werfen So Ich häpe die gleich Die Sache hat nur so viel Zeit, bis die Zeit abläuft Das ist ja die Sache Nein, ich muss die Kugel rausschmeißen Wo ist denn der Boss? Da So, verdrücken So, jetzt habt ihr die drei Dinger erledigt Und jetzt könnt ihr in die Blüte gehen und Dort den Boss machen eigentlich So, da müssen wir, wir fliegen jetzt direkt hin Hier, komm, wir müssen ja eh mit mir folgen Leute, ne? Hier, so, Blüte Start, landet zur Blüte Komm mal her hier Okay, warte, hier müssen wir eh folgen So, ich fahr mal ein bisschen langsamer So, dann müsst ihr gleich hier durch den Gang durch So, hier durch und dann da hinten kommt gleich da irgendwo die Bossphase Der lässt dann halt jeweils immer eine Kugel fallen Die müsst ihr dann hier in die Höhle zurückbringen Aber das sehen wir gleich alles War das jetzt richtig rumgelaufen? Ja Die Lichtbrechung So Hier müsst ihr dann die Kugeln zurückbringen Hier sind dann so einen komischen, ja, Energiefelder Da ist auch der Gegner schon angezeigt Aber das mach ich dann wieder Da ist auch schon was angezeigt, wie gesagt, da hinten Ich weiß nicht, was das was zu tun hat Gleich nochmal abschießen hier So Ja, hier ist der erste Part vom Gegner Wie gesagt Und dann erst mal so weit runter schießen Wo ist der Boss hier? Irgendwo muss ja der Boss kommen Oder auch noch nicht So Komm schon Erstmal hier alles clear Nicht woanders hingehen Der Boss da? Ja, genau Gehen so weit runter schießen Dann lässt sich gleich was fallen Und das nehme ich dann gleich aus So Das nehme ich jetzt auf Jetzt müssen wir zurück in die Höhle Wie gesagt, ihr macht jetzt erstmal gar nichts Das ist auch markiert, wo ihr hin müsst Also das ist eigentlich nicht schwierig Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit man dafür hat Keine Ahnung Das ist doch noch gefallen Aber was, Alter Ja, wie gesagt Und jetzt müssen wir hinten So, das erste ist reingestofft Jetzt müssen wir uns schnell beeilen Und zum nächsten gehen wir hinten Jeder muss da hin? Okay Dann geht er auch mal hin Ja gut, wenn ihr integrieren könnt Dann ist das richtig so So, das andere ist auch Okay Also interagieren müssen alle Okay So, da ist der nächste Bereich Und das gleiche gleich nochmal Also das gleiche nochmal So, ein bisschen beeilung Man hat irgendwie Wurde mir gesagt Nur ein paar Minuten Also das ist nicht konkret irgendwie Ich bin jetzt nicht ganz sicher Vielleicht ist auch immer da Keine Ahnung Aber Darauf verdere ich mich jetzt nicht Also beeilen, beeilen, beeilen Ah Ja, wie gesagt Hier erst mal wieder rumballern Das ist noch das gleiche wie eben auch 1 zu 1 Bellen normal So, dann muss ich vielleicht auch mal Der Boss kommt wieder Irgendwann Nein, jetzt mal jetzt nicht Schieche abschieben hier Ist er da? Okay Dann wie gesagt Damage volle Pulle Und dann warten, dass er wieder was tropft Und dann gehen wir da hinten wieder hin So, ich nehme das Ding wieder Der schwindet ja sowieso So, jetzt wieder hinten hin rennen Machen wir mal den Weg frei Aber wie gesagt Es ist ja auch markiert Also man sieht es ja hinten noch Wo man hin muss Achso, hier sieht nichts Okay Ja Achso, die Sauberthundsbotschaft Steht hier eine Zeit runter Die da runterläuft Links Läuft eine Zeit runter Sauberthundsbotschaft Genau Dann müssen wir halt in der Zeit Da schnell rüber Weg frei räumen So Zack, bumm Ich hoffe ihr wisst Was ihr da getan habt Ich nämlich schon Zu viele Spieler für diese Aktivität Bitte eine andere wählen Okay Zwei Hütter begeben sich Auf die Suche nach Macht in die Tiefen des bleichen Herzes Kampfschwierigkeit Weiß ich auch nicht Okay Ja, wusste ich jetzt aber auch nicht Was man für zwei Hütter ist Die wird auch hier angezeigt Jetzt Ja Von daher So wird es freigeschaltet Leute Ja, da könnt ihr reingehen Wie gesagt Anscheinend nur zu zweit Steht auch dran Einsatzrund zwei Kooperativ Ja, okay 1095 Ja, mal gucken was da rein Warum kommt Aber das sieht man im nächsten Wird irgendwann So, danke fürs Zusehen Bis hier in Rängehorn Und tschüss Bis jetzt Bis jetzt Untertitelung des ZDF, 2020